Musik Die schnelle Einsatzgruppe des DRK in Zeitz erhielt am 3. Juli eine Spende von den Stadtwerken Zeitz, um die Helfer besser auszurüsten. Alle wissen eigentlich, dass wir ja Sport, Kultur und alles was mit Kindern zu tun hat fördern und es gibt leider zu wenige in der Region und deshalb traue ich mir das auch oft genug zu betonen, wir machen das, aber es fehlt ja an vielen Ecken und Enden des sozialen Engagements und ich finde das unwahrscheinlich beachtenswert, dass sich Menschen bereit erklären im Ehrenamt so einen Rettungsdienst zu organisieren. Wir haben eine unwahrscheinlich hohe Einsatzbereitschaft. Er sagt, in 10 Minuten sind wir vor Ort und können mithelfen und als Unternehmen, was ganz einfach sich auf die Fahne geschrieben hat, auch wenn das ausgeleiert klingt, wir sind regional und zeigen regionales Engagement, übernehmen regionale Verantwortung, da gehört es ganz einfach dazu, das mit zu unterstützen, soweit wir können. Wir brauchen die Helme, um uns selber zu schützen bei Einsätzen, wenn irgendwas passiert, sonst sind wir nicht versichert und das ist halt die Grundvoraussetzung laut UVV, dass wir Helme tragen, Handschuhe haben und ja. Steht die Frage, warum wird die Ausrüstung nicht von anderer Seite gestellt? Weil die Mittel und Wege eigentlich noch nicht da waren und vorher wurde das anders gelöst und es hat immer funktioniert, aber jetzt funktioniert es einfach nicht mehr und jetzt muss man irgendwo mal in die Ausrüstung investieren. Also jeder Neue, der kommt, kostet das DHK bzw. ein Kreisverband 500 Euro. Helm, Handschuhe, Sachen, Stiefel. Ja, wir haben ein gewisses Budget, das kriegt man auch gestellt vom DHK, das ist richtig. Vom Burgenlandkreis natürlich auch, aber das sind halt Haufen Wege und Sponsoring ist halt das, wir sind ein eingetragener Verein und ich hoffe, dass das so durchgeht und das alles so klappt. Die 500 Euro der Stadtwerke werden in 15 Helme a 150 Euro investiert. Die Stadtwerke sind nicht die einzigen Unterstützer, auch die MIPRAG sowie die Autohäuser Baumann und Beigler sind im Kreis der Sponsoren. Motivation ist das, um anderen Leuten zu helfen in Notsituationen. Einfach Engagement zeigen, einfach für andere Leute mal da sein, wenn es mal eng wird. Und das wird heutzutage eigentlich immer weniger und das ist das Traurige. Gott sei Dank läuft es bei uns jetzt sehr gut. Wir haben, wo ich angefangen habe als Leiter hier tätig zu sein, hatten wir 9 bis 10 Einsatzkräfte. Mittlerweile sind wir auf 20 gewachsen, die sich voll engagieren. Wir führen zwei Dienste im Monat durch mit verschiedenen Feuerwehren. Da sind wir immer dabei, dass mir die Zusammenarbeit sehr gut klappt. Das ist ganz wichtig, gerade in Einsatzfällen, weil wir meistens nach der Feuerwehr anrücken und die zu unterstützen bzw. die Verletzten zu retten. Wenn auch sie den Rettern helfen wollen, Marco Schumann hat einen Wunsch. Es wäre schön, wenn uns viele unterstützen mit Spenden oder dann high live hier bei uns vor Ort und als Einsatzkraft. Dass wir tagsüber sowie auch nachts immer einsatzbereit sind in Ernst- und Notfällen.